Hey Leute! Herzlich willkommen zurück in unserem ersten Abenteuer, oder beziehungsweise starten wir eigentlich jetzt unser zweites Abenteuer, in der 3.3 PTU-Version. Wir waren ja eigentlich mit unserer Freelancer unterwegs, sind aber jetzt wieder zurück auf Porto-Lisar, wie aus Geisterhand. Ich denke mal, das lag daran, dass CIG jetzt noch sehr an der Version rumwurschtelt und es gibt eigentlich ständig Updates und ich musste auch schon wieder meinen Charakter neu erstellen, aber so ist das halt. Aber das stört uns ja nicht, ne? So können wir auch ein anderes Schiff ausprobieren. Ähm, die Freelancer war jetzt vielleicht nicht so das perfekte Schiff. Wir brauchen eigentlich mal eins, was so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein guter Allrounder ist. Ja, wir können ja mal... Hm, was wollen wir denn mal ausprobieren? Mustang... Hm, hat man ruhig die Qual der Wahl, ne? Hat man so viel Zeug? Recht Luxus-Luxus-Probleme sind das. Ach, komm, wir nehmen hier oben einfach mal eine... Nehmen wir die? Ach, komm, nehmen wir die. Fangen, fangen wir oben an. Skaladius... Ja, los. Komm. Und... Zack. A08. Und das ist da. So, wir spielen jetzt halt in den nächsten Folgen einfach mal so ein paar lockere Missionchen. Und schauen mal... ...wo uns das All so hintreibt. Im Dunkeln ist gut munkeln. Aber wir haben unsere Taschenlampe. Boah, hier stellt euch vor, hier drinnen steht einer mit einer Clowns-Maske, Adam. Ach, da oben, guckt euch das an, das ist auch schön, das werden wir auch noch fliegen. Das ist natürlich ein bisschen überdimensioniert, oder das ist eigentlich... Ich weiß gar nicht, wie viele Leute darauf passen. Aber wir haben es und wir werden es testen. So, ich bin leider immer noch ein bisschen angeschlagen, wie ihr vielleicht an meiner Stimme hört. Da hält sich ganz schön, ganz schön hartnäckig, der Schnubben. Das unserer hier? Weiß gar nicht. Steht hier nirgendwo. Müsste eigentlich sein, ne? Was macht er jetzt? Klettert er jetzt da über das... Ne, das muss woanders gehen. Das ist auch noch nie gehabt, das Schiff. Ich weiß gar nicht, wo kommt man denn hier rein? Das ist doch irgendwo... Ah! Ah! So, dann schauen wir doch mal... Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Rest-Stops an. Und dann schauen wir mal, wie uns das alles so hinführt. So, die Rest-Stops, wo könnten die denn sein? Ich denke mal, das sind bestimmt diese Willis hier, ne? Fliegen wir da mal hin? Immer Richtung Sonne. Ja, schon weiter. Ja, schon weiter. Okay, so weiter. Schade, dass man jetzt nicht sieht. Wie weit das noch weg ist, entweder ist es da wirklich direkt auf der Sonne, oder man sieht es wirklich nicht. Das ist noch ein bisschen besser. So, sind wir da. Anscheinend. So, und was nun? Ah, dahin, oder? Ist das was? Ja, sehr cool. Schauen wir uns das gute Stück mal an. Neuer Content, Leute. Ja. 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 Ja, man kann auch wirklich auf beiden Seiten landen, kann das sein? Ach, das ist da ein Reparaturservice, kann man auch gleich. Ich versuche einfach mal hier zu landen. Mal gucken, man muss doch gehen. Ach, da ist Snake, Snake's Heaven. Ah, der steht da, oder? Ah, ja, okay. Ach ja, das ist ja eine Riesenlandeplattform. Müssen wir eigentlich um Landen uns fragen? Äh... Glaub nicht, ne? Zumindest ist hier nichts... Ach, wir landen einfach mal. Es wird ja wohl okay sein. Ja, aber eine Riesenlandefläche. Sieht aber vom Weiten immer so klein aus. Wo wir jetzt ein Crime Step kassieren, dann wissen wir, eigentlich müssen wir eine lande, aber wir haben keine Chance gehabt. Ja, diese weißen Bubbels da oben, das ist, glaube ich, auch noch nicht so richtig normal. Würde ich jetzt mal so behaupten wollen. Ah, ist das toll. Huch, was war das denn? Ein Scanner oder sowas? Jetzt haben wir ein Crime Step gekriegt. Ja, dann müssen wir wohl doch eine Landelaubnis erbeten. Gut, wissen wir das auch. Gucken wir denn hier überhaupt rein? Hallo? Äh, dürfen wir jetzt nicht reinkommen, ne? Dann haben wir nämlich kein Schiff mehr. Ich hätte jetzt schwören können hier. Sollte man doch eigentlich. Oh, das ist ein Fahrstuhl. Dann müsste doch hier eigentlich immer ein Knopf sein, oder? Das ist ein Knopf? Oder bin ich blind? Hallo? Knopf? Es geht auf. Dann müssen wir das Ganze über ein EVA machen, würde ich sagen. Sonst weiß ich mir nicht zu helfen. Das sieht auf jeden Fall so aus, als wenn es angeguckt werden will. Ah, okay. Das ist so ein Lichtschein. Okay. Ist ja von Weitem so aus, wie eine Kugel, die so ein Gasleck hat, oder so. So, wo kommen wir hier rein? Ich versuche jetzt einfach mal hier. Irgendwo. So, mehr als einen Eingang gegen mir. Also, das würde ich erst zu sehen. Ich habe es gesehen. aus. Das sieht doch gut aus. Da versuchen wir es mal. Oh nein, nein, nein. So, schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Da liegt auf jeden Fall ein einsamer Sitz. Also es waren schon Leute hier. So, also hier haben wir The Same in Green. Dann schätze ich, wo zieht das noch nicht, oder? Will ich jetzt mal so behaupten. Dann sind die zwar schon da, aber man kann noch nicht rein. So, was da hinten nochmal. Aber schon geil, oder? Ein riesen Apparillo. Das sind bestimmt wieder diese komischen Environment Balls hier oben. Naja, das ist so weit. Oder die lassen uns jetzt nicht mal rein, wenn wir kommen. Ob das schon so ein Hangar-Tor ist hier? Könnte sein, oder? Irgendwie fast so aus, finde ich. Muss man da dann irgendwie. Das wäre so cool gewesen. Dann ein Hangar kommt. Aber ich sehe hier jetzt auch niemanden rumflitzen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das hier einfach noch nicht funktioniert. gehört. Oder die lassen uns wirklich nicht rein, wenn wir ein Grindstead haben, ne? Dass wir hier durch diesen Schrank gelaufen. Und die dann merken so, ah ah, kollega, kannst du knicken. O, das ist ja noch das. Und wenn wir den Windeln umfüllen, wird das wir haben ja noch zwei Waffen gekauft oder was sind die Andere? mysteriös, mysteriös eine Waffe ziehen können wir hier irgendwie auch nicht ich denke mal das wird auch wahrscheinlich waffenfreie Zose sein es ist nur noch das Symbol noch nicht da Steht da? Preacher Sieht aus wie eine Waffe ne? Vielleicht eine Waffenmarke oder sowas? So, wie kommen wir hier jetzt wieder weg? Ich weiß es nicht Wahrscheinlich durch ein Update Schreibt mir mal in die Kommentare, falls ihr irgendwo schon einen Rest-Stop gesehen habt, der funktioniert wo man mal reingehen kann Oh, da hinten ist ne Ach komm da fliege mal hinten Wenn der landet, kann der uns bestimmt mitnehmen Das ist ne Hammerhead ist das, oder? Oder der weiß natürlich, dass er nicht reinkommt und landet das gar nicht Das kann auch sein Ob der uns gesehen hat schon Ich denke, der könnte uns ruhig mal mitnehmen Nein Ach der da? Ach der hat nen Hangar hier, oder? Ach was Das ist ja mega cool Wow Ja, das muss er aber noch üben Ich meine nicht, dass ich es besser könnte, aber Ach das ist natürlich fett Na, versuchen wir da mal rein zu gehen Wenn wir dürfen Wenn wir jetzt nicht abstürzen Wenn wir ein bisschen mehr auf die Schräge zu fliegen Weil wir fliegen da am besten gleich rein, oder? Weil diese roten Bälle Nein, 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 nein Oh, Glück gehabt Ja, krass Wir sind drin Sehr cool, ey Da hat er aber Da hat er sich aber hingeparkt Ja, da kommst du wohl nur hier rein Ist schon ein Hangar, ne, oder? Man kommt hier nirgendwo rein oder raus Verzeihung Verzeihung Ein Bauch Was macht er hier? Ach er darf ne Waffe haben, ja? Hallo? Was ist denn hier los? Ich will auch ne Waffe ziehen Das ist doch nicht normal hier, oder? Das geht für uns nicht gut aus, wenn wir hier keine Waffe haben Das denkt der sich ja auch gerade Oder ist das so ein NPC-Kampf? Das ist doch ein Spieler, oder? Ja, das sind Spieler Ja Die müssen hier weg Das ist aber kein Spieler, oder? Ich glaube fast, das könnte schon so ne NPC-Mission sein Ja, ja, die Jungs suchen auch einen Ausgang Ah, ein Ausgang! Huch Okay Ja Das haben die sich auch anders vorgestellt hier Aber wir sind doch jetzt irgendwie drin, oder? Oh Gott Ja, Jungs Wo müssen wir jetzt lang? Oh, ich glaube ich bin wieder drin, oder? Ja Ah ja, da ist die Oh Ich habe ja gesagt Jetzt wisst du, wo diese Tür war Die war...? Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, sind wir jetzt drinnen oder draußen? Oder sind wir beides? Sieht irgendwie so aus, dass wir so in der Zwischengrafik hängen irgendwie und eigentlich hier Wände sind. Tja, Mensch, in welche Richtung würde ich fliegen? Fliegen wir mal in die. Sieht aber auch aus eigentlich wie ein Hangar. Ah, oh, oh, ja, ja, wir sind wieder drin, wir sind wieder drin. Okay. So, wir müssen hier irgendwie rüberkommen. Das kommen wir aber nicht. So, wieder zurück. Okay, okay, okay. Ja, dann sind wir auf jeden Fall in einer Zwischenwand. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Müssen wir einfach irgendwie da wieder reinglitschen. Ich versuch's mal hier. Okay. Das schmacht ganz gut aus eigentlich, oder? Hier ist diese Tür. Lasset uns rein. Okay, ja, 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 ich glaub, ach, ich denk immer fast, die sind drinne. Dann doch nicht. Ich glaub, jetzt haben wir uns festgebackt hier. Na gut, dann würde ich sagen, verlassen wir diese, unsere dritte Folge im neuen PTU mit diesem wunderschönen Innenhangarview. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Trotz dieses. Naja. Wäre das auch, wenn wir einfach nochmal probieren, ne? Wäre gelacht, wenn wir hier nicht immer mal irgendwas kaufen können, oder so. Dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.